Hallo, ich bin die Petra Kreuzer und ich heiße euch alle herzlich willkommen auf der Ciauner Bühne. Ich spiele heute in Schneewittchen & Co. und ja, kommt mal mit, dann schauen wir uns die Ciauner Bühne mal von hinten an. In der Marolltinger Gasse im 16. Bezirk steht ein Stück Geschichte, die Ciauner Bühne. Als einziges Stehgreif-Theater bietet sie jeden Sommer ein volles Programm. Wir haben das klassische Stehgreif-Theater, das es eben schon seit 100 Jahren gibt. Dann haben wir Stehgreif Reloaded, das ist so eine neue Form mit jungen Schauspielern. Und darüber hinaus haben wir im Repertoire natürlich auch viele Gastspiele, also im Kabarettbereich, im Musikbereich. Wir haben Wiener Lieder, wir haben aber auch Kinderstücke. Zur Nachwuchsschiene Ciauner Reloaded zählt Petra Kreuzer. Sie spielt die Titelrolle der Geierwalli und unzählige Rollen in Schneewittchen & Co. Ohne Soundcheck aber kein Auftritt. Ja, du bist mein Apfelstrudelstück. Kommt weiter. Jetzt geht's hinter die Bühne. Mit am besten unseren Garten, unseren Künstlergarten für die Pause. Ja, da setzen wir uns dann hin und trinken meistens was oder schauen dann, stellen uns dann auf den Stuhl und schauen rein, ob sich die Jungs umziehen. Humor darf nicht fehlen, genauso wenig wie die richtigen Kostüme. Dann spiele ich ja auch eine Reporterin, die Cini Fanteke. Die kommt eigentlich aus Kärnten und ist eigentlich Society Reporterin. Das ist das Kostüm original von meiner Mutter aus den 60er Jahren geniht. Dann ist das das Kostüm von der Stiefmutter. Das muss ich am Anfang anziehen und über das drüber kommen eben fast alle Kostüme. Ob als hysterische Schwiegermutter, dunkelhaariges Russenaschenputtel oder Hänsels vollbusige Gretel. Wichtig ist vor allem eins. Zack, zack, rauf und geht schon. Geschminkt wird selber. Make-up, Mascara und viel Rouge sorgen für einen glänzenden Auftritt. Warme Stimmbänder für den richtigen Ton. So geht's ab auf die Bühne. Spin ich Buze von tapfere Schneiderlein. Also meine Lieben, kommt jetzt einfach recht fleißig zur Ciauna-Bühne. Wir freuen uns total auf euch. So, jetzt muss ich aber wirklich hinter die Bühne, weil es fängt gleich an. Ich danke, ich hab's noch viel Spaß und Baba, bis bald. Tschüss. So steht der Freiluftbühne nichts mehr im Weg. Auch nicht bei Schlechtwetter. Das Besondere an der Ciauna-Bühne ist, dass wir den ganzen Sommer überspielen können. Wir sind ein Freilufttheater. Wir haben keine Wände, aber wir haben ein Schiebedach. Das heißt, wir können bei Schlechtwetter das Dach zuschieben und bei Schönwetter öffnen. Das ist ein wunderbares Ambiente. Pro Vorstellung genießen das bis zu 340 Gäste jeden Alters. Wir wünschen gute Unterhaltung. Vorhang auf! Das ist ein wunderbares Ambiente.